Mein Name ist Niklas Strausch. Ich bin 17 Jahre alt. Ich spiele aus der Position Sechser und Achter. Meine bisherigen Vereine waren Rolfo Wiesloff und Sachsen-Wauwaldo. Mein Vorbild ist Marco Reus und Golo Kanzin. Meine persönlichen Ziele sind, mich persönlich weiterzuentwickeln, was halt geht, das Bestmögliche. Mein Ziel mit der Masche ist so weit wie möglich zu spielen.